Prolog Und wenn sie sich wehrt? Sie bleiben stehen, werfen einander unschlüssige Blicke zu, flüstern kurz miteinander. Sie schauen sich um im Raum und dann zögerlich zu ihr hinüber. Wird sie diesmal tun, was man ihr sagt? Sie muss. Einer stellt sicher, dass die Tür verschlossen ist, nickt einem anderen zu, der das Futteral öffnet und die Schärfe einer Klinge prüft. Dann geht er auf sie zu. Erstmal rauf mit ihr, die Treppe hoch, auf die leere, dunkle Bühne. Notfalls werden sie sie zerren, notfalls wird sie eben geschleift. An den Haaren gezogen, wenn es nicht anders geht. Aber nein, das Mädchen wehrt sich nicht, diesmal nicht. Fast könnte man meinen, es hätte sich schon an all das gewöhnt. Noch ist es stumm, noch sagt es kein Wort. Es krümmt sich kurz, es schaut mit großen, starren Augen zur Decke hinauf. Wenn ich es einmal gekonnt habe, denkt das Mädchen, kann ich es wieder tun. Schneiden und trinken. Da, jetzt hält er mir einen dieser Gegenstände vors Gesicht. Noch einmal, sagt er, da. Ich nicke. Du musst das Messer nehmen. Es ist kalt. Ich schließe die Augen und spüre, dass mein Herz schneller schlägt. Aber das heißt doch, dass ich immer noch am Leben bin, oder nicht? Ich versuche mich auf die Stimme zu konzentrieren, aber es gelingt mir einfach nicht. Zu viel Bewegung. Etwas flattert dicht an mir vorbei und ich zucke zusammen, schreie auf. Es ist einer von diesen Vögeln, die nicht wissen, wohin, die an mir vorbei und hinauf zur Decke flattern, weil dort Rettung sein müsste. Mein Herz klopft und kurz öffne ich die Augen. Stuart sitzt in einer Ecke. Ich kann ihn kaum erkennen, aber er hat beide Hände vor dem Mund gefaltet und die Ellenbogen auf die Knie gestürzt. Ich kann seine Spannung spüren, weiß, dass er jetzt sehr viel von mir erwartet. Es ist kalt, seit sie das Feuer gelöscht haben. Die abgezogene Haut ist verbrannt, nur noch bittere, stinkende Asche. Aber ich bin am Leben. Vielleicht bin ich immer noch ich. Und als der Schrei ertönt, schreie ich mit, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt. Der Raum ist hoch, das Echo fällt auf uns herab. Das Blut ist so dünn. Dünn ist es, und es sieht nicht so rot aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich höre über mir das Flügelschlagen, immer im Kreis, manchmal tiefer, aber eigentlich nach oben, weiter in die Höhe. Dorthin, wo der Himmel sein müsste und wo kein Himmel ist. Und noch etwas, die Tür. Jemand ist hereingekommen. Sie schauen einander an, nicht mich. Das Mädchen wird nicht angeschaut. Da draußen ist jemand. Ich verstehe Sie nicht, aber ich weiß es, so wie ich weiß, dass es begonnen hat zu regnen. Ganz nah. Vor der Tür, die Sie verriegelt haben, steht jemand. Nicht nur einer, es sind mehrere. Ich wende den Kopf, Sie geben mir ein Zeichen. Nein, jetzt können wir nicht aufhören. Ich habe das Blut an den Händen und am Kinn und die Stimme in mir. Jetzt nicht. Sollen Sie kommen, sage ich. Sollen Sie kommen. Sie werden es bereuen. Manchmal blieb er mitten auf dem Bürgersteig stehen. Dann drehte er sich nicht um, ließ den Blick nicht schweifen. Der alte Mann machte nicht den Eindruck, als hätte er etwas bemerkt. Vielleicht war er einfach erschöpft oder ganz in Gedanken. Er wartete an der Ampel, überquerte die Straße. Manchmal humpelte er stark, manchmal kaum. Morgens sahen ihn seine Beobachter im ersten Stock des Hauses, das er im starren Weg bewohnte, erst das eine, dann das andere Fenster öffnen. Und dann lehnte er sich eine Weile auf das Fensterbrett und schaute stumm hinaus. Hinter ihm war leise Musik zu hören. Vermutlich waren da auch die Stimmen seiner Gäste. Da er immer wieder für Momente die Augen schloss, sah es aus, als versuche er sie zu ignorieren. Vielleicht wünschte er sie fort. Später trat der alte Mann auf die Straße. Er kaufte sich an einem Kiosk in der Pestalozzi-Straße zwei Tageszeitungen und tauschte kurze, aber freundliche Floskeln mit dem türkischen Besitzer aus. Er betrachtete beide Titelseiten noch im Stehen vor dem Kiosk, seufzte, faltete die Zeitungen zusammen und steckte sie sich unter den rechten Arm. Sie sind lang, die Tage in Kronstedt, und er durchwanderte sie in konzentrischen Kreisen, kehrte zur Mittagszeit in den starren Weg zurück, wo er hinter seinen nun geschlossenen Fenstern verschwand, nur um zwei Stunden später wieder in der Schlegelstraße aufzutauchen. Er überquerte sie erneut, ging Richtung Pestalozzi-Straße. Gestern hatte er am Nachmittag eine Dreiviertelstunde im Café Teichgräber gesessen, an einem Fensterplatz mit Blick auf die Fußgängerzone. Er hatte Tee getrunken, sich mit niemandem getroffen, bloß mit strengen Augen vor sich hingebrütet. »Und, wie möchtest du im Alter leben?«, fragte die Frau, als sie abends im Hotel das Protokoll des ersten Tages abschloss und die Fotos hochlud. Ihr Kollege schnaufte durch die Nase, lächelte sie dann an und fügte nach einer Weile leise hinzu, »So jedenfalls nicht.« Sie nickte und lächelte auch. Heute war es erheblich wärmer als gestern, auch heller, aber er trug denselben Mantel, der ihm schwer von den Schultern hing. Als er sich auf eine Bank setzte, direkt am Eingang des Pestalozzi-Parks, kam sie ihm versehentlich sehr nah, und kurz blickte er von seiner Lektüre hoch. Auf einer Bank gegenüber saß eine ältere Dame, die in einer abgegriffenen Taschenbuchausgabe von »Bleak House« las, und der Blick des Alten streifte teilnahmslos den Mann und die Frau, die zu dicht aufgeschlossen hatten. Ein Pärchen in mittlerem Alter. Vielleicht registrierte er, dass der Mann etwas älter war als die Frau, über 40 wohl. Einige blonde Locken fielen ihr in die Stirn, sie trug ein blaues Halstuch und kurz drückte sie den Kopf an die Schulter ihres Begleiters, der seinen Arm um ihren Rücken gelegt hatte. Sie sahen verliebt aus und sprachen weiter über Unwichtiges. Wann sollen wir denn da sein, weiß ich noch nicht, klären wir nachher, ich rufe an. Der alte Mann auf der Bank schaute eher durch sie hindurch als sie an, hielt den Kopf schräg. Seine scharf geschnittene Nase bildete eine nachdenkliche Diagonale, dann senkte er den Blick, straffte die aufgeschlagene Seite, las weiter. Natürlich ist es schlimm, wenn man plötzlich bemerkt, dass man verfolgt wird. Weitaus schlimmer aber ist es, wenn man es nicht bemerkt. Das sollte Philipp Steinert später lernen. Noch aber war's für solche Lektionen zu früh. An diesem hellen Freitagvormittag hatte der 16-Jährige, dessen Blick verbissen nach vorn gerichtet war, eine eigene Mission. Er konzentrierte sich auf den Weg und auf seine Verabredung. Dass Harry zugesagt hatte, dass er tatsächlich bereit war zu kommen, war ein gutes Zeichen, ganz bestimmt. Die Musik in den Ohren trieb ihn vorwärts. Dritte Sinfonie, erster Satz. Philipp befand sich seit etwa zwei Wochen in einer Bruckner-Phase. Fatalistisch donnerndes Orchester bei stechendem Sonnenschein. Wahrscheinlich war alles zu spät, wahrscheinlich war nichts mehr zu retten, aber er musste wenigstens versuchen, die dummen Entscheidungen der anderen rückgängig zu machen. Überließ er es seiner Mutter und ihrem Eigensinn, würde sich alles nur immer weiter auflösen. Aber er kannte ihre wunden Punkte und den wundesten von allen würde er jetzt einfach in die Hand nehmen und bei ihr abliefern, die überfällige Konfrontation herbeiführen. Wann kommst du nach Hause? hatte seine Mutter gefragt. Wir sehen uns doch noch, bevor ich fahre. Er hatte nicht aufgeschaut, bloß tiefer in seinem Rucksack gegraben und kurz genickt. Nach Hause. Für diese Formulierung brauchte man viel Humor. Nein, Notunterkunft war das Wort. Auf mehr ließ Philipp sich nicht ein, auch wenn er mit ihr nun schon seit einem halben Jahr als Hausgast eines tattrigen Rentners im starren Weg Zeit vertrödelte und auf eine Rückkehr wartete, die seine Mutter gerade endgültig zu versauen schien. Jetzt packte sie schon wieder ihren Koffer, so wie damals, als sie plötzlich in seiner Tür gestanden und zu ihm gesagt hatte, wir gehen, es ist vorbei. Die Sonne schien warm an diesem Tag und Philipp fiel auf, dass er das elende Kronstedt bisher hauptsächlich bei Wind, bei Schneeregen und dann bei Regen, bei grauer, öder Lichtlosigkeit erlebt hatte. Heute jedoch stocherte die Sonne gut gelaunt in den Gassen der Altstadt herum. Man hätte es fast hübsch finden können hier. Aber das kam überhaupt nicht in Frage. Das Ziel musste lauten, Abgang, bloß nicht eingewöhnen. Philipp war während des Umzugs nach Kronstedt schrecklich frustriert gewesen. Er hatte Magenschmerzen gehabt und ihm war noch öfter übel gewesen als sonst. Psychosomatik, klar, auch Ohrgeräusche. Kein hochfrequentes Piepen, aber ein dumpfes Klopfen, gegen das er sich nachts wütend in die Kissen drückte. Im Grunde hatte sich seitdem nichts geändert. Immerhin hatte er Caro gefunden, mit der er sich reden ließ, mit der er gemeinsam düstere Schwarz-Weiß-Fotos schoss für ihren Tumblr-Blog und mit der er lachte. Aber meistens fühlte er sich elend. Er entdeckte den dunkelgrünen Jaguar an der Ecke Moltke-Straße und atmete angespannt ein. Es hat nicht mehr den geringsten Sinn, dachte er kurz, schüttelte aber den Kopf. Nein, so wird es nichts. Positiv denken. Du willst dein Leben zurück, also streng dich an. Die beiden brauchen einen Anstoß. Er klopfte gegen die Scheibe der Beifahrertür. Ein Arm wurde ausgestreckt, die Tür ging auf. Jetzt sah Philipp genau das zuversichtliche Lächeln, das er erwartet hatte. Wie geht's dir? fragte der Mann. Steig ein. Philipp pulte sich die weißen Stöpsel aus den Ohren und ließ sie über den Pulloverrand baumeln, wo sich noch einige hohe Töne bemerkbar machten. Er schloss die Tür von innen und erschauderte wegen des stechenden Geruchs des hellbraunen Leders und der hochgedrehten Klimaanlage. Hi, sagte er. Cool, dass du hergekommen bist. Ist Barbara noch da? Philipp nickte. Gut. Was ist das denn nun für ein Job? Der Alte hat ihn ihr besorgt. Vertretung für zwei Wochen bis nach Ostern. Aber sie geht natürlich davon aus, dass eine feste Sache draus wird. Ist ja vielleicht nicht das Schlechteste. Von wegen. Das ist da irgendwo in so einem beschissenen Kaff im Harz. Fünf Häuser und ein Hotel. Und? Fährst du mit? Ich? Auf keinen Fall. Willst du lieber bei deinem Großonkel bleiben? Philipp schüttelte den Kopf. Ach scheiße, warum war das denn so schwierig? Es wird sich schon eine Lösung finden, sagte Harald Reinberger, den seine Mutter vor knapp drei Jahren kennengelernt und vor 15 Monaten geheiratet hatte. Wann fährt sie denn? Gegen drei, glaube ich. Gut. Ich habe gestern Abend extra nochmal versucht anzurufen. Sie hat aufgelegt. Ich weiß. Er startete den Motor und Philipp schaute nervös aus dem Fenster. Vielleicht kriegt sie sicher wieder ein. Vielleicht könnt ihr euch einigen, sagte er. Harald Reinberger nickte und nach einer sehr langen Pause fügte er hinzu. Habe ich dir von Susanne erzählt? Philipp schloss die Augen. Sie ist jetzt bei mir eingezogen. Harald Reinberger schaute angestrengt durch die Windschutzscheibe. Du musst mich navigieren. Links, oder? Ja, links. Weißt du, mit der Zeit finden wir alle unseren Weg. Harry lächelte, schaute aber nur ganz kurz zu ihm herüber. Mir ist schlecht, dachte Philipp, dessen Mission gescheitert war, bevor sie überhaupt angefangen hatte. Ja, jetzt ist mir schlecht.